Moin moin und willkommen zurück zu Psychonauts 2. So, wir haben dreimal Crawler hier, den Agenten. Einmal haben wir ihn schon in seinem Friseursalon besucht und die wären seines Gehirns entwehrt. Und jetzt versuchen wir es im Bowlingcenter. Ich glaube, wir dürften jetzt auch reinkommen. Okay, wir müssen ihn jetzt mal finden aus der Psychoanstalt oder ein Gehirn finden für die für den, wie heißt das, für den Nick unten in der Postabteilung. Der braucht auch ein Gehirn. Okay. Gut, das Gehirn hat uns jetzt mal weitergeholfen. Ich weiß gar nicht, ob es richtig war gerade, aber... Wir gucken mal hin. Dad? Das ist schön, mein Junge. Sag mir, Junge, hast du ihnen gezeigt? Hast du ihnen gezeigt? Hast du sie alle gezeigt? Uh, ja, ja, wir rescued Truman aus den Kidnappern, also... Ich glaube? Das ist mein Junge. Also, ich glaube, das bedeutet, dass du das ganze Ort stehst. Dad, was du hier machst? Was? Wir sind hier, um dich zu unterstützen, Junge. W-W-W-W-W-W-W-W-W? Natürlich! Du hast wirklich örtet meinen Augen über das ganze Psychische Sache gemacht. Ich habe so gestorben, wie ein Gehirn. Aber deine Mutter... Ich weiß, sie braucht mehr Verwürfung. Sie ist nicht, nachher. Wie wir uns. Psychische, ich meine. Du musst das nicht sagen. So, ich dachte, wenn sie sie sah, wo du gearbeitet hast und mit all deinen neuen Freunden... Meine Mutter ist hier. So, die ganze Familie ist hier. Was? Oh, nein. Okay. Okay. Dafür muss man wahrscheinlich den ersten Teil kennen, wenn man weiß, wer wer ist. Das ist auch mal. Meine kleine Putsche! Sch Holzfache! Haha. Ich denke, er hat sich ein wenig gedreht. Er ist nicht so flexibel wie ich würde. Pull harder. Ich habe keine Ahnung von mir. Wir sind die Äquatos. Travelling Trillgivers und Practitioner der Akrobatik-Arten. Great! Well, das ist eine sehr rechtfertige Umgebung. Die Campgrounds sind über die Hölle. Jetzt, wenn Sie nicht minden, holen Sie das Wreck aus unserer Landung? Was hast du gesagt? Wenn es zu viel Probleme zu holen, dann könnte ich immer es für Sie. Bitte! Entschuldigung! Wir sind Rasputin's Familie. Wir haben hier zu unterstützen ihn, nicht in die Richtung. Wir gehen unseren Karavan nach den Campgrounds. Ich will in den Jets spielen. Vielleicht dein Bruder können uns ein Zettelung später machen. Wenn er bereit ist, er weiß, wo wir uns finden. Bye, Pooter! Oh Gott! Ah, von mir kann man sie nicht aussuchen. Das war das größte Sache, das ich in meiner ganzen Leben gesehen habe. Okay. Da ist Ottos Lab. Da müssen wir rüber. Und wo ist der Steinbruch? Was ist er denn da irgendwo? Wir können erst mal in Ottos Lab eiern. Wir können dann drauf springen. Wir können dann drauf springen. Wir gehen da. Darab gefahren. Okay. Aber da komm ich nicht einfach so über, ne? Okay. Hier geht's doch erstmal rüber. Gehen wir erstmal hier rüber. Da ist die Isolier-Station. Das ist ja da, wo der Typ, der andere Typ hängt, ne? Da kann ich nicht rausspringen. Boink! Boink! Oh! Oh da! Boah! Ich weiß nicht, wo ich da hin soll. Aber lass uns erstmal zurück zur anderen Station. Boink! Boink! Okay, so. Woher da weiter gehen? Denn können wir ja schon mal das hier regeln. Hi! 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 Hallo! Finally! Ich dachte, du würdest nie hallo sagen. Ich sage dir, ich habe wartet, jemanden zu besuchen, für lange Zeit. Ich habe angefangen, zu denken, dass ich invisible war. Hast du das Gefühl? Sieh. Eine Frau, die sich ein bisschen wie ein Blühterbrief. Aber sie hat mich gefährlich. Sieht dir schön. Ich habe so gesagt, ich habe dein Name richtig gewartet. Es ist Raz. Oh, das war das sehr nächste Name, ich dachte, ich versuche. Also, wie lange du dich für überraschst? Hmm. Ich habe mich für überraschst? Was? Psycho-isolation, Silly! We don't commit people anymore without their consent. Unless they're a danger to themselves or others. How many people you got in there? Oh, just Agent Boole right now. He likes it in there. Keeps him from feeling overwhelmed by all the you-know-what in the woods. Uh... Boymen? Trees? Voices! He can't shut them out. Can you believe he even finds me overwhelming? Hahaha! Hahaha! So anyway, I've got a nice room ready for you if you'd like it. Actually, I'm just here to visit Agent Boole. Oh! Well, okay. Just be careful. Don't ask him too many things at once. Or he'll come up into a little ball and something might explode. Hi! Hi! So, we're going here. Ah! Mein Kopf! Ich bin mal gespannt. Wie das Agent Boole geht hier drin. Ist er da drin? Und scheint, ne? Da ist doch einer drin. Kann er einfach reingehen? Da ist er. Hm. Ich sehe, was du hier machst. Hm. Oh. Du denkst, du bist clever, oder? Da ist der Bowlingmeister. Es sieht aus, wie es eine Senior League-Membership-Karte ist in dieser Frange. Hey! Schau nicht mal an das. Es ist privat. Agent Boole? Huh? Hallo? Wie ich sehe, hat Lizzie sie mit Harold bekannt gemacht. Ich sehe, Lizzie hat dich zu Harold. Oh nein. Harry Kasparov hier ist auf seine eigene. Nein. So, warum ist Lizzie noch da draußen, um Tiere zu suchen? Oh. Ich habe sie meistens weggebracht. Nur weil... Es gibt hier zu viele Sprachen. Hint. Hint. Ich brauche eher Hilfe. Agent Boole? Ich brauche eure Hilfe. Oh nein. Mit was? Ich brauche eine Senior League-Membership-Karte. Was? W-w-w-w-don't look at mine. Bitte, Agent Boole. Es ist wichtig. Das Bowling Card ist ein preciouses Memento von einem lieben Freund. Oh. Entschuldigung. Hat sie sterben? Nein. Nein. Sie ist irgendwoher. Out in the forest. Was? Let's go find her. Ich habe versucht, seit Jahren. Aber ich einfach nicht mehr kann. Ich habe Hilfe von den Psychonauten. Entschuldigung. Entschuldigung. Nicht Möle. Sie sind kleine Schnucks. Gib mir die heebie-jeebies. Hahahaha. Dann gib mir diese scheiß Karte. Bitte, lass mir deine Senior League-Membership-Karte. Nein. Nun, buzz off. Jimmy. Hm. Buzz off. Hey, hang on a second. Genau wie ich dachte, Harald. Die B's können helfen. Cassie und ich liebten immer mit B's in der Forest. Wenn du mir nur eine B's bringen könntest, dann könnte ich mit ihm reden und herausfinden, wo meine Cassie ist. Keine Wurrung? Ja. Geh das und schnell. Okay. Eine B's kommt. Okay. Dann sollen sie eine Biene fangen. Gucken wir mal, wo Biene Maya ist. Okay. Ich bin auf die vergangenen Forest, um eine B's für Agent Poole zu finden. Das ist eine sehr wichtige Mission. Keine Wurrung, egal wie schön sie so ist. Hi! Oh nein, ich hab mal mit ihr reden. So, hier raus, ne? Scanning für Thinkerprint. Access granted. Jetzt sagt er auf Englisch, dass das Thinkerprint, ne? So, Gef... Aua! Ups! Entschuldigung, kleine Bruder. Ich dachte, du warst ein schmerziger Schwirr. Mach's weg, crazy! Gefahr, verlassene Mine. Ich glaube, wir gehen trotzdem in die Richtung. Was war's? Was war's? Oh, genau! Ein Gehirn für Nick! So, ich kann in die Richtung zu sehen, und um Nick zu halten, von seiner Hände in der Stamper wieder zu bekommen. So, dann gehen wir hier links. Oh! Nein! Guck's hier auch hin. Glück halt. Und hier rüber. Da muss man nicht so viel aufpassen. Ich dachte, da müsste man irgendwie ein bisschen aufpassen. Da kann man alles ein, was wir kriegen, dass wir die Tausend voll haben. Es wird hier ziemlich advanced. Nicht für kleine Kinder. Kann's wegbrennen? Yes! Okay, da ist die Mine. Aber hier geht's auch noch irgendwo hin, ne? Wo drüben ist auch noch irgendwas. Das habe ich mir schon gedacht, was passiert. Okay. Jogan says hi! Nein, äh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Hm, da. Ach, da ist es schön. Hä? Wo würde ich hingehen? Ah, da. Okay. Dankeschön. Okay, wir kommen jetzt da rüber. Da kann ich hier längs hangeln. Da geht's auch längs okay. Und da rüber. Ah! 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 Okay. Ähm. Es gibt verschiedene Wege. Wir können natürlich da nicht gehen. Wir gehen jetzt mal an ihr hinterher, oder? Das ist hier im Warten. Ah! Ah! Coole Flamingos! Ich hab da auch ein bisschen Schlüssel! Weil jemand da hochkommt. Ah, so vielleicht. Nein. So kann man das garantiert nicht holen. noch mal ich will mal probieren fast es sieht aus wie der Aquato-Familie-Cirkus hier schon reiht okay 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 ich denke die Entrance in der Vergangenheit ist irgendwo hier in der wunderschönen auch gehen können wir direkt hier auch und bald kommen nicht praktisch Ich glaube, meine Familie hat gewählt, wo den Aquatodome zu setzen. Was ist denn da hinten, ist die Frage, oder? Steht da hinten? Auto auf Eichwünsche untersuchen? Warum können wir gegenschießen? Ich höre doch die ganze Zeit, irgendwas abläuft, das. Geht nicht so hoch, okay. Oh, das war ein bisschen tolle. Was wir hier machen sollen. Geh mal in den Restaurant rein. So ist dann schon mal eine Karte. Und die Ziege. Unmelodisches Gesumme. Oh, Furlancelot, danke. Sind sie die Acorn, die ich gefragt habe? Ja? Nein. Nein, sie können nicht sein, können sie? Nein, weil ich gefragt habe, die Acorn, die gebrochen wurden, nicht? Nicht, Furlancelot? Ich liebe dich, Furlancelot. Aber ich... Ich... Ich bin der gebrochen. 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 Verstehst du? Jetzt... Ich muss dir, wie ich Dinge zeigen muss? Nein? Bist du sicher? Okay. Gut. Jetzt. Mal probieren. Aber diese Zeit, über die persönliche Erinnerung, über die Erinnerung, über die Erinnerung, jeden Tag. Okay? Okay. Sie ist wirklich die Psychotante? Curry! Hm. Schau mal, Curry. Soll ich mit ihr mal reden? Was kann ich denn erzählen? Hey, Sam. Schau schnell. Was ist das? Weil mein letzte Name ist Ghoul? Und weil das eine ähnliche Familie in der Psy-Kommunität? Und du willst mit mir um mit meiner weiterentwickeln? Schau mal. Was kannst du mir erzählen über Compton? Gramps ist gut, aber ehrlich gesagt, er ist ein bisschen wierer. Was? Es ist noch zu schwer. Was? Kann jeder aus, auf dem Boden mit Tieren reden? Kann jeder aus, in der Psy-Kommunität, über die Tiere sprechen? Die meisten von uns können mit ihnen sprechen, aber wenige von uns wissen, wie die Tiere zu hören. Du weißt? Zum Beispiel, ich kann dich hören, deine Augen, Frau Thatcher. Ich bin ein Freund von deinen Brüdern. Hm. Dein Kopf sieht sehr merkwürdig nicht explodiert. Es muss sein Helmet. Hat dein Bruder Dogen den Kopf von jemandem zuerst mit ihm gebracht? Dein Bruder Dogen hat wirklich jemanden explodiert? Nein, nie. Warte, du meinst jemanden, der es nicht verdient hat? Nein. Ich meine, wie... irgendjemand. Niemand ist nervig. Ich bin richtig? Okay, ich werde zuerst fragen, über deine Fähigkeit. Die Brüder haben nichts, was zu hide. Nichts, wie einige von diesen Zwiebeln. Was sind denn? Relax, ich spreche über deine Knutzen. Ihr seid immer noch Knutzen, oder? Ihr seid immer noch Knutzen, Ihr habt euch gelernt, zu lachen, okay? Ihr werdet länger leben. Was machst du hier draußen? Was machst du hier? Na gut, du weißt, mein Mentor internist, Coach Morseau Oleander? Uh, ja. Na gut, das ist die erste Anwendung, er hat mir gegeben. Mission. Bring mir ein paar Pancakes, so ich kann denken. Ich denke, es sollte mir etwas teachen, über die viele Fähigkeiten des Mindes. Michi. Ich weiß, die Butter steht für Lateral-Thinking. Ich habe so viel. Okay. Ich muss gehen. auf der Flippseite. Ja, es ist lustig, jederzeit. da zu den ganzen es ist mein Teil des Päibes. Hört mich? W? Haunted eine Wälderwälder? Rund und rund geht's... ... was macht's ihn wirklich jemanden weiß. Ah, es gibt Wasser, dumm, du configurer das. Das Ort ist ein wenig. Was? Was? Oh Mann. My mom's looking for you. What a mom? Oh. Target practice. There we go. If you want to be a spy so bad, why not start spying on your family over in the campgrounds? That one saw me coming. Oh. Are we going to go anywhere? Let's go. There is a quest right now. There is a quest right now. Where do we go? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Oh man. I forgive you. Mom? I mean, if little children never ran away from home, where would the circus get her workers, huh? What matters is that the Aquattos are all together again. And this little adventure of yours has actually given me fresh inspiration for our act. Me too. Did you see that unnatural and slightly gimmicky waterfall over there? The one blowing upside down? Stay away from it. No water. Too late, Nona. It has already watered the flower of inspiration in my heart. And blossomed in two. Guess what I called it. Guess. The upside down waterfall? The devil's fire hose. Let's show our runaway how we do it, everybody. Creepy on the bottom. Ha ha ha. This would be easier if you didn't use so much hair grease. It'd be easier if your head weren't so pointy. Now, Rasputin, up top you go. Yes, son. And then, you could add a little psychic flourish by levitating this pine cone. No, no. Then we pass each person up the tower like water flowing. No psychic flourishes. I told you. We are acrobats. We don't do parlor tricks. Uh, guys? Why not a little of both? Pops? Oh, pretending. Oh. You guys! Oh, shush. This is why we taught you how to fall as babies. It's no use. We need the Aquatodome. I'm on it. Help him out, would you, Pootie? He's had to take on so much extra work since you abandoned your family and broke our hearts. That's a good boy. If there's one thing the Aquatodome know how to do, it's making themselves at home. Anywhere. What was I doing out here again? Oh, right. Compton needs to be from the forgetful voice. Okay. That's cool. I can't even go anywhere, where I want to go. The whole thing. A Schlüssel. Okay. And here's a Sprungfeder. What is that? No! Oh, look. Guck mal. Auch nicht verkehrt. Guck mal. Geht's hier so. Hier geht's nicht weiter, aber hier geht's ran. Guck mal. Ist da irgendwas hochgekommen? Er ist nur noch runtergekommen. Was soll ich hier? Also, ich war schon mal weg frei, aber... Guck's hier noch irgendwas? Das muss ich nicht gelingen. Ja, oder? Der Hof kann die ja nicht anscheinend, oder? Nee. Gut, dann lass uns mal da runter. Nein, toll. Dann gehen wir da rein. Woher es uns hinführt. Was ist das? Das sieht aus wie alten, schrecklichen Spie-Stuff. Das ist um zu explodieren. Ich mag nicht das Geräusch von diesem Ding. Ist es eine Bombe? Ich habe ein starkes Gefühl, ich sollte sich um das zu bemerken. Gut. Ich erfahre noch nicht, bis ich weiß, was es ist. Was jetzt hier wirklich gar nicht so ungefählt ist anscheinend. Wo geht's denn hier hin? Okay. Jo. Was vergessen. Okay. Wir werden jetzt einfach mal hier eine Pause machen und dann beim nächsten Mal direkt hier mit diesem Sasquatch-Höhle weitermachen. Das macht ja am meisten Sinn. Oder? Würde ich sagen. So. Ich würde die Höhle ja nochmal mitnehmen. Oder ausmachen. Das ist eine Karte, ich sehe. Ich nehme die Höhle. Da geht es irgendwie hoch. Da geht es aber auch irgendwie hoch. Nee, trotzdem hat er auch hoch. Dose-Mais. Der Wert dieser Geheimnis-Höpferd liegt nicht in seinen Nerven, sondern in seiner Bedeutung für Psychonauten der älteren Generation. Wir vermuten, dass die Dose wichtig ist. Zumindest. Da ist noch eine Karte. Wir holen uns auch. Und hier drüber rein. Okay, wir sehen mal richtig viel Asche gerade. Das kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Und hier aufs Seil. Da können wir nicht rauf. Okay. Hätte ja sein können. Das sieht ja aus wie so ein Seil, wo man drauf balancieren kann. Das wir schon die ganze Zeit gesehen haben. Na gut, wir gehen jetzt hier weiter. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja. Das ist ja. Oh, kann ich es mit dir hören? Nein! Okay. Dann machen wir mal genug Schlüssel. So langsam näher uns sind der 1000. Und noch 91. Okay. Egal. Da ist auch schon wieder was. Also man kommt hier irgendwie gibt es hier ganz schön viele verschiedene Sachen die man machen kann. Aber das Rad ist ja echt verhext. Wir können uns aber die Karte holen. Wir können uns den Rad zu nähern. Versuch mal. Oh. Versuch mal den Baumstamm da hoch zu kommen oder? Oh. Das ist mal blöd. Aber warte mal. So von da hinten rüber springen. Oh no. Es kommt gleich. Wenn wir hier kommen. Gehen wir mal auf so einen Baumstamm rauf. Mal gucken, ob irgendwas klappt bei uns. So weit rum, wo die herkommen. Okay. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Oh Mist. Ich dachte man kann da drauf bleiben. Kann man anscheinend nicht. Oder? Wir suchen es noch einmal. Ich glaube man kann da drauf kommen. Ich saß noch nicht richtig. Okay. Los geht's. Los geht's. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe beim nächsten Mal seid ihr dabei. Denn beim nächsten Mal gehen wir los und suchen jetzt erstmal diese Biene und auch noch das Gehirn für den guten Nick. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.